Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von RainerCraft 2 Ich werde bei 85 wieder und ein kleiner Wuff Hallo Was ist Yoshi? Was ist Yoshi? Was ist los? Mega Creep her Achso Ne ist uncool Ah, Kupferbüsche, das ist gut Jetzt sag mal, dass du jetzt weit weg bist, Yoshi Wer ich? Ja Weiß nicht Brauchte ich zum kurz Schlafen gehen hier Hm, sehr schlecht Ich bin eben wie in so einem Mühen-System drin Okay, dann halt nicht Dann guck ich mal, wer mein Glas ist Ja, ich hab dir schon mal ein paar Fenster übrig gelassen 16 Stück Wow Ne, ein paar Löcher als Fenster Das meinte ich Ei, Aluminiumbüsche Kann nicht wahr sein Ich find hier lauter Büsche Wir haben nie mehr wieder Sorgen Harvester bauen Trunkloader Wir haben Material Bis dann geht nicht mehr Ja, bloß das Falsche, ne? Aha Aluminium brauchst du immer Also bei den letzten Projekten wüsste ich jetzt nicht, dass wir so viel Aluminium gebraucht hätten Äh, wir bräuchten ja mal Fack, ey Achso, ne Entschuldigung Ich hab nichts gesagt Ich find mein cool Du brauchst keine Kohle oder so Äh, übern Stack Ja, ne, ich hab schon Ich hab schon Gut Ich hab auch gerade ein bisschen was gefunden So Frage ist, ob wir Redstone haben Super, geniales Bauen So weit war ich noch Redstone Gut, weil wir können nämlich mit Redstone interessantere Fackeln machen Also stimmt, die Termitenabwehr Ja, die Termitenabwehr gibt's irgendwie Okay, hab ich jetzt irgendwie nicht gefunden, ne? So Okay, was ist denn das für eine Note? Bleierd, sehr wichtig Äh, was ist denn für ein Minenschacht hier? Das ist ja interessant Bei einigen Minenschächten musst du echt aufpassen Ah, wo? Ich sag's was Oh, ne rote Flume Falls ihr ein Golf rennt hier unten Oh, nö Jetzt bin ich ehrlich In einem Minensystem Mit Schienen Oh, oh Wart das lustig? Ja Mit einem Orden-Spawn-Mod Wart das auf jeden Fall Oh, ein Goldbusch Hier war schon jemand Wer hat denn noch den Goldbusch mitgenommen? Ich habe es ja noch kein einziges Mal unter der Erde Äh, Marmor Weg damit Äh, Bromacobis? Ja Mit? Okay Looten, was geht? Alles mitnehmen Na, das ist Ja, war echt schon jemand in der Minenschacht? Glaube ich nicht Äh, warum ist denn überall Koppel? Ähm Kann auch was anderes sein, ne? Ach, scheiße Jetzt hab ich mich ver... Ah, war Ruf? Ne Warst du da unten? Ja Ja Ich habe noch kein einziges Mal unter der Erde Und ich war gar nicht in der Nähe Es regnete anscheinend Oh, ein Riesenschmetterling Achso, der ist bloß groß Äh, Animal direkt unter dir Hinter dir Genau Äh Glückwunsch, Joshi Ah, okay, du hast das wieder schlagen Ja, ja Oh, ich hab schon gerade Sorge Ähm Ich hab Bücherregel Hast du den... Das ist super Sag mal, Animal Hast du zufällig den Dings weggemacht? Was weggemacht? Den, ähm Äh, hier, wie heißt der? Äh, Workbench? Und? Wieso ist hier Erde? Ja Nennt man Vermieten Wieso? Ja Nur Gold sagen Aber Gold Möchte Das Gold mir geben Gold Nuggets Und Gold Ja Okay Ich hab grad was richtig Geniales Gut, da ist noch eins Ja Meins, meins Wieso Wie kommen die hier oben hoch? Das muss auch gerne wissen Aber ich glaub, die machen das durch die Wände durch Oh, no Ich verfolg mal eine Nee, nee, nee Ah Das war ein Fade, Diamond I Stand hier dran I Und da sind lauter Termiten rausgekommen I Ich hatte gesagt, da war eine Überraschung in der unten Ah, die folgen mir auch noch Weißt du, was ich glaube? Die kommen von unten ins Haus Von unten durch die Wand das durchknobbern? Ja Ich kann mal wissen, wie man diese blöden Viecher abwehrt Wie heißen die? Wenn du kurz drauf gehst Wie heißen die? Ames? Ah, die eine heißt Fire Ant Ja A-N Also A-N-T Ja Ah, da ist ein Busch Das haben wir Was willst du? Aber ich Unten war schon irgendwie jemand Ich bin da Ja Ja Klar Hier sind es Maragde Denkste, oder? Ach, es sind es Maragde sogar Ja 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 Vermieter Ah, geladene Kratz Die echt noch nicht Also ich habe hier Red Ant Robot Kit Aber das ist irgendwie nicht so Das ist was ganz anderes Das ist was komplett anderes Ach du Kacke Warum ist mein Inventar immer an der falschen Stelle immer voll? Da muss es doch irgendwas geben Aus welchem Ressourcenpaket sind die Aus welchem Ressourcenpaket sind die Ameisen Aus ein Ohrespawn Glück habe ich die Ohrespawnseite immer nebenher mal schnell zur Hand Wie schreibt man auch das? Ja, weniger zu Hammer, da, 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 da Items, Materialien Äh, ich habe gerade ein technisches Profil Ich komme nicht mehr hoch Ah, Ends Da muss der Böbel Irgendwas da geben Ich bin nie mehr wieder zurück Ach, das glaube ich nicht Wieso bist du? Ich bin Arkweid Warspawn Achso, or Ja, großes Skelett schießt Kleines Skelett ab Juhu Da muss es doch irgendwas in die Richtung geben Der Beruf hat mir ja schon gewarnt Die Blöcke nicht abzubauen Die wo, äh Ohrespawn dran stehen Ganz lustig Wieso? Das Lustige ist ja Wenn du das Texturenpaket spielst Und diese Ohre gar nicht erkennst Plötzlich mal einen halben Herzinfakt Hm Also ich glaube, die kommen auch noch von unten Deswegen Spitzhacke mehr Wenn ich keine Spitzhacke habe Das kommt dann blöd Okay, also Die spawnen echt nur bei einem Nest Das heißt, unter uns dürften tausende Ameisennester sein Na, ich mache jetzt erstmal da unten auf jeden Fall zu Na, auf jeden Fall laufe ich jetzt Ist eigentlich Tag oder Nacht draus? Es ist Tag Und es Wir sind gerade auch durch Okay Leute, bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.